Die Zahlen der Bezieher der Mindestsicherung in Wien sind bekannt gegeben worden. Ja, auch ein durchaus heiß und federtes Thema im Wahlkampf. Und die Mindestsicherung in Wien im Jahr 2320 haben exakt 142.000 und eine Person bezogen. Das entspricht einem Plus von etwa 7.700 Sozialhilfeempfängern und das wiederum etwa einem Plus von 7%. Die Frage ist, wieso ist es mehr geworden? Denn laut Stadtrat Hacker vor allem deswegen, weil die Stadt gewachsen ist und da vor allem bei der Jugend. 2019 hat es das letzte Mal ein Plus gegeben. Seither stagnieren die Zahlen bzw. sind sogar wieder gesunken. Erst mit 2023 gibt es das erste Mal wieder ein Plus und das unter anderem wegen dem oft besprochenen Familienzuzug. Aber auch deswegen, weil Asylsuchende hier ja auch Kinder kriegen. Die fallen dann ebenfalls in die Mindestsicherung. Insgesamt haben rund 48.999 Minderjährige in Familien eben die Mindestsicherung bezogen im Jahr 2023. Das entspricht hier einem Plus von 4,3%. Neben den Zuzugskindern bzw. den hier geborenen Kindern von Asylsuchenden gibt es natürlich auch noch Erwerbstätige, die die Mindestsicherung beantragt haben, um damit ihr Gehalt aufzubessern, um einfach über die Runden kommen zu können. Und auch hier hat es ein Plus gegeben. 2023 waren es 12.161 im Jahr davor, um etwa 700 weniger. Also das bedeutet hier auch ein Plus von rund 6%. Und auch wenn Stadtrat Hacker meint, dass die Zahl diesmal weniger gestiegen ist als im Vergleichszeitraum 2022, sieht man, dass sich hier ein Trend entwickelt, dass immer mehr Menschen eben mit dem, was sie verdienen, nicht mehr überleben können und abgesehen von Sozialmarktkarte und Co. eben auch noch die Mindestsicherung benötigen. 56% derer, die die Mindestsicherung beziehen, sind übrigens gar nicht arbeitsfähig. Also abgesehen von denen, die aktuell beim AMS gemeldet sind, gibt es ja auch noch Pensionisten und eben auch Minderjährige, die so noch gar nicht in den Arbeitsmarkt einbezogen werden können. Und da hat dann auch Sozialstadtrat Peter Hacker noch einmal betont, dass in Wien niemand zurückgelassen wird.